Das sind die Erkursionen, die heute für heute sind und die Start-up sind. Sie gehen sogar in Milano. Guten Morgen! Guten Morgen! Was kann ich quasi tun? Ich möchte eine Ausflug buchen. Welche Ausfluges haben Sie? Also wir haben verschiedene Ausfluges, zum Beispiel nach Malta, nach Neapel, Messina, Barcelona und Marseille. Was kann ich in Malta sehen? Also, am Morgen sehen Sie die Valletta und die Kathedrale St Giovanni und am Nachmittag die Godruinsel und die blaue Grotte. Okay, danke! Welche Stadt interessiert Sie? Ich interessiere mich für den Ausflug nach Marseille. Was gibt es zu sehen? Am Morgen besuchen Sie das Historische Zentrum. Danach besuchen Sie die Basilika Notre Dame de la Garde und das Metzenmuseum. Am Nachmittag fahren Sie zum Fort St John und durch Bucht Calon. Sehr gut! Ist das Mittagessen im Begriff? Ja! Ich möchte einen Ausflug nach Barcelona machen. Okay, gut! In Barcelona können Sie die Sagrada Familia Kirche besichtigen. Was kann ich quasi tun? Ich habe ein Problem mit meinem Ausflug nach Barcelona. Oh, es tut mir leid. Welches Problem haben Sie? Ich habe keinen Rabatt für meine Kinder bekommen. Okay, und wie alt sind Ihre Kinder? Meine Kinder sind acht und zehn Jahre alt. Okay, also der Rabatt ist zwei Kinder bis acht Jahre. Also ihr acht Jahre altes Kind bekommt den Rabatt. Aber ihr zehn Jahre altes Kind bekommt keinen Rabatt. Es ist fünf. Vielen Dank! Der Kofferservice bringt die Koffer in die neue Kabine. Super! Dankeschön! Auf Wiedersehen! 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 Guten Morgen! Was kann ich für Sie tun? Ich habe ein Problem in meiner Kabine. Der Fernseher ist kaputt und er funktioniert nicht. Oh, es tut mir leid. Welche Kabine haben Sie? Meine Kabinennummer ist 122. Okay, ich rufe den Techniker sofort an. Danke, ich danke Ihnen! Der Techniker kommt in die Kabine und er kontrolliert den Zerzehörer. Okay, danke schön! Sie ist hier? Okay, danke! Ich kontrolliere. Ja! Die Fernbedienung funktioniert nicht. Aber ich kann eine neue Fernbedienung bringen. Danke schön! Okay, ich komme gleich. Ja! Guten Morgen! Guten Morgen! Was kann ich für Sie tun? Die Klimanlage ist kaputt. Es tut mir leid. Können Sie mir bitte die Kabinennummer geben? Ja, meine Kabinennummer ist 10. Okay, ich rufe den Techniker an. Ja! Guten Tag! Ich bin der Techniker für die Klimanlage. Oh! Danke! Jetzt kontrolliere ich die Klimanlage. Es tut mir leid. Ich kann die Klimanlage nicht reparieren. Ich sage es an der Rezeption. Gehen Sie bitte an die Rezeption um eine neue Kabine zu haben. Ja, ich gehe. Auf Wieder. Ja, wir sind wirklich brav. Bravi und brav. Wir warten. Wir warten. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.